Bei mir zu Gast ist jetzt der FPÖ-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss und Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Fellner. Herr Hafenecker, auch heute dreht sich natürlich alles um die Regierungsumbildung. Jetzt wissen wir, wer die Neuen sind, wie erwartet. Es gab schon einige Unkenrufe der Opposition, die alte ÖVP ist zurück. Was sagen Sie denn zu dieser Regierungsumbildung und auch zu den beiden Ministerinnen-Rücktritten von gestern? Ich würde es eher als Regierungsumfaller bezeichnen, denn man hat ja überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendetwas koordiniert vonstatten gegangen ist. Zuerst stellt sie in der Früh die Frau Köstinger hin und sagt, sie tritt jetzt zurück wegen dem Sebastian. Ich glaube, recht für mehr war inhaltlich nicht zu ergründen und erklärt danach, welche Großdatensendung gemacht hätte. Und dann sozusagen noch die Steigerungsstufe. Die Digitalisierungsministerin, die es nicht einmal bei der Mühe wert findet, vor die Presse zu treten, sondern das überhaupt in einem Video über Facebook zu kommunizieren, das jetzt noch dazu Final 2 heißt, vom Dateinamen her, also damit ist alles gesagt. Das heißt also, das soll die Truppe sein, die in Zukunft Österreich durch verschiedenste Krisen, die wir jetzt momentan gerade haben, durchleitet. Das glaube ich nicht. Und noch was, wenn es so gewesen wäre, wie die Frau Köstinger gestern gesagt hat, dass das ein langer geplanter Schritt war. Dann stelle ich mir schon die Frage, warum sogar die engsten Mitarbeiter dort offenbar das erst kurzfristig erfahren haben und warum nicht gestern schon ein Nachfolger präsentiert worden ist. Das heißt, leider Gottes schwindelt die ÖVP, wenn sie den Mund aufmacht und ich glaube, aus dem Kreislauf kommen sie auch nicht mehr mehr heraus. Jetzt ist fast die spannendste Personalie eigentlich eine alte Personalie, nämlich dass das Arbeits- und das Wirtschaftsministerium zusammengelegt wird unter Martin Kocher. Was halten Sie davon? Das gab es ja schon mal, muss man sagen, unter einer Regierungsbeteiligung auch der FPÖ damals. Ja, es ist ja auch eine alte freiheitliche Forderung, das so zu machen. Und ich denke, grundsätzlich muss man sagen, grundsätzlich wäre es keine schlechte Idee, weil gerade jetzt, wo man eben diese Probleme sieht mit der Teuerung, auch mit den Arbeitsplätzen, mit der Wirtschaft und so weiter, dass man wirklich das sozusagen nicht gegeneinander führt, sondern miteinander und schaut, dass da halt wirklich einer was zu sagen hat. Das Problem, das ich nur sehe, ist, dass es bei der ÖVP liegt. Und die ÖVP hat in den letzten Monaten natürlich mehrfach gezeigt, dass sie nicht in der Lage ist, als Regierung zu handeln, sondern dass sie nur damit beschäftigt ist, eigene Skandale zuzudecken. Und deshalb fürchte ich, dass auch weiterhin die österreichische Innenpolitik und das Tagesgeschäftspolitische daraus bestehen wird, dass die ÖVP ihre Regierungsbeteiligung dazu nützt, um andere Sachen zu verstecken und zu vertuschen. Und dass eben genau deswegen nichts weitergeht. Also aus meiner Sicht sollte der Herr Bundespräsident einmal damit aufhören, seine Panini-Alben mit Regierungsmitgliedern vollzukleben, die er selber angelobt hat, sondern sollte jetzt endlich mal diese Regierung in die Wüste schicken und entlassen. Ich würde noch gerne zu den beiden abtretenden Ministerinnen kommen, Schrambeck und Köstinger, die waren ja so ein bisschen die Lieblingsfeindinnen der FPÖ, ist einem vorgekommen, eigentlich müssten sie ja jubeln, dass die weg sind. Also, kann man nicht vorstellen, dass man die Frau Schrambeck als Feindin bezeichnen kann. Gegnerin. Gegnerin, ja, Feind ist immer ein sehr, sehr schweres Wort gehabt in Zeiten wie diesen. Nein, aber es hat sich schlicht und ergreifend niemand ernst genommen. Und wie man gestern gesehen hat, auch vollkommen zu Recht, das ist einmal das eine. Und das andere war die Frau Köstinger mit ihrer Brachialrhetorik gegenüber Herbert Kickl. Ich glaube, das hat sich auch von selbst gerichtet. Nein, also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr schlafen kann, weil die zwei Damen nicht mehr in der Regierung sind. Aber, wie gesagt, es kommt in der Regel nichts Besseres nach. Und wenn man sich anschaut, welche Personalien heute präsentiert worden sind, dann sind wir wieder bei dem, was Sie vorhin gesagt haben. ÖVP zurück in die Zukunft. Die alte ÖVP ist wieder da, der Postenschachrat voll eingesetzt. Das werden nur mehr Mitarbeiter von Landeshauptleuten, sonst jemand was. Also, es ist alles beim Alten. Und das muss einfach klar sein. Und genau aus dieser Umklammerung gehört Österreich eigentlich befreit. Das wäre die Aufgabe des Bundespräsidenten. Weil Sie sagen, das wäre die Aufgabe des Bundespräsidenten. Die FPÖ fordert ja neue Wahlen. Jetzt muss man sagen, es schaut nicht wirklich danach raus, weil die ÖVP wird kein Interesse haben. Die Grünen werden kein Interesse haben. Glauben Sie, dass da irgendeine Chance besteht, dass es in naher Zukunft Neuwahlen geben wird? Oder werden sich die zwei so fest aneinander klammern, bis halt dann die nächste reguläre Wahl dann stattfindet? Also, ich glaube, das ist jetzt einmal die Strategie, die man fährt. Aber wenn man sich anschaut, was tagtäglich passiert in der Innenpolitik. Und mittlerweile wäre mit meinen Morgenstatements vom Untersuchungsausschuss schon immer mehr fertig. Weil da muss man immer fünf Minuten lang den vorigen Tag abhandeln, was da nebenbei passiert mit Rücktritten und sonstiges. Und wenn man anschaut, was die ÖVP noch in der Lage ist, an Skandalen nachzuliefern, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Grünen das noch lange aushalten. Ein aktuelles Beispiel, gestern bekannt geworden, wenn der Landeshauptmann Wallner aus Verradlberg erfährt, dass er jetzt möglicherweise Gegenstand von Ermittlungen werden könnte und beginnt damit, sein Handy und sein iPad zu löschen. Und dann erklärt man uns in Österreich, das ist ein ganz normaler Vorgang. Das hat nichts mit nichts was zu tun. Und man kommt schon so vor, das ist dann so, wie wenn man uns erklärt, am Freitag ist immer der Wasch-Tag und am Samstag ist der Lösch-Tag. Das dürfte in der ÖVP mittlerweile so üblich sein. Und das sind Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Und wenn man denkt, wie lange glaubt diese Partei eigentlich noch, dass sie ganz Österreich an der Nase herumführen kann. Das heißt also, aus meiner Sicht wird der Druck aus der Bevölkerung immer größer werden, dass man mit dieser Truppe abfährt. Und ja, lieber heute als morgen. Sie haben jetzt gerade den Vorarlberger Landeshauptmann angesprochen. Amits ist heute eben auch bekannt geworden, dass unabhängig von diesem Löschvorgang auch die WKSDA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstandsanwaltschaft Ermittlungen, eingeleitet hat gegen Landeshauptmann Wallner. Müsst ihr Ihrer Meinung nach zurücktreten? Ja, wenn man sich anschaut, mit welchen hohen moralischen Standards damals in der Regierung kurz zumindest augenschändlich noch gearbeitet worden ist. Wenn man sich daran erinnert, mit welchen Scheinargumenten man damals den Herbert Kickl aus dem Amt buxiert hat und welche Latte man hier moralisch gelegt hat, ja, da müssten die längst schnell alle zurückgetreten sein. Man kommt halt dann immer nur in der Realität an und sieht, dass es dann doch nur die ÖVP ist, die halt moralisch flexibel ist, wenn es vor allem um sich selbst geht. Und ja, das führt halt zu der Situation, die wir jetzt haben. Aber nochmal, der Verbund, all dieser Skandale und Skandälchen, die es da gibt, der macht ja ein Sittenbild aus der ÖVP in diesem Land und der führt ja auch dazu, dass die ÖVP mittlerweile ins Vorkurzzeitalter zurückgefallen ist, was die Umfragen betrifft. Und der zeigt auch ganz klar, dass die ÖVP im Vertrauensindex verloren hat und dass die Bevölkerung eigentlich diese Partei nicht mehr als Nummer eins in diesem Land haben möchte. Diese Tatsache sollte auch der Bundeskanzler Nehammer, der jetzt noch mit seinen Parteitagstricks rein beschäftigt ist. Aber dem sollte der Bundeskanzler Nehammer ins Auge blicken und seine Konsequenzen daraus ziehen. Ich möchte es vielleicht noch mit einem anderen Wort sagen. Im Prinzip, wenn er die ÖVP jetzt hernimmt, dann reitet er mit den Worten von Matthias Strolz ein totes Pferd und genau das ist der Punkt. Um noch einmal zum Vorarlberger Landeshauptmann zurückzukommen, wird das auch Thema im Untersuchungsausschuss werden? Werden Sie ihn in den Urschuss laden? Ja, also wir werden mittlerweile vier Ladungen von Vorarlberger Politikern vornehmen, die im Zuge dieser Inseratenaffäre auf jeden Fall im Verdacht stehen, mehr zu wissen, als sie vielleicht vordergründig angeben zu wissen. Das heißt also, diese Ladungen werden wir natürlich vornehmen und selbstverständlich wird uns auch der Herr Landeshauptmann Wallner hier Rede und Antwort stehen müssen, egal ob er jetzt ein Handy hat oder nicht und ob noch was drauf ist oder nicht, aber es ist eine Wahrnehmung, die wir uns hoffentlich kundtun können. Kommen wir gleich zum Untersuchungsausschuss. Heute ja auch schon wieder spannende Zeugen auf der Liste gestanden. Letzte Woche war ja auch einiges los. Wie fällt denn aktuell so Ihre Bilanz, sofern man nach der Zeit jetzt schon eine erste Bilanz ziehen kann, aus? Ich kann mich erinnern, wir sind damals noch belächelt worden als freiheitliche Partei, wie wir eigentlich ziemlich am Beginn des Ibiza-Untersuchungsausschusses schon davon gesprochen haben, dass Österreich das Problem eines tiefen Staates hat, eines tiefen Staates, der von der ÖVP bedient wird. Und die letzten Untersuchungsausschusswochen haben diesen Eindruck verstärkt. Wir merken Netzwerke, die ganz, ganz tief in die Justiz hineingehen. Wir merken Netzwerke, die ganz, ganz tief auch im Innenministerium verhaftet sind. Das ist auch übrigens heute der Gegenstand der Befragungen. Wir haben auf der einen Seite den ehemaligen Chef des Bundeskriminalamtes, den Herrn Lang, zu Gast, der uns natürlich ein bisschen Einblicke geben soll in die Netzwerke, die dort gearbeitet haben. Es geht um das Spannungsfeld des Innenministeriums mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es geht um geplante Observierungen von Staatsanwälten. Das muss man sich einmal vorstellen. Das sind ja alles Dinge, die hier ganz offensichtlich auch einmal zumindest durchgedacht worden sind. Und da haben wir schon vor, ein bisschen mehr Licht in schwarze Dunkel zu bringen. Noch interessanter ist aus meiner Sicht die zweite Auskunftsperson, die wir am heutigen Tag hatten. Und zwar ist das der Herr Claude Müller. Das ist der ehemalige Kabinettschef von Wolfgang Sobotka. Und da wird es natürlich schon spannend auch zu beurteilen, wie das jetzt war mit den Interventionslisten von Wolfgang Sobotka. Wie das jetzt war mit der vermeintlichen Intervention von Wolfgang Sobotka in Ungarn, dass man diese Flüchtlingsauffanglager nicht macht. Und ja, da gibt es natürlich einiges, was man neu bewerten muss, was man hinterfragen muss. Und das ist natürlich die Aufgabe, die wir heute haben. Morgen geht es dann weiter mit einer sehr, sehr spannenden Auskunftsperson aus meiner Sicht. Und zwar kommt dann noch der aktuelle Chef des Bundeskriminalamtes, der Herr Mag. Holzer. Und da sind ja spätestens seit dem Ibiza-Untersuchungsausschuss noch sehr, sehr viele Fragen offen, die wir hoffentlich morgen stellen können. Jetzt sagen Sie das ja eh schon seit dem letzten Untersuchungsausschuss, dass es da schwarze Netzwerke im Innenministerium gab und gibt. Inwiefern sind da jetzt neue Dinge ans Licht gekommen in den letzten Wochen? Ja, das Wichtigste sind natürlich diese sogenannten Claud-Müller-Chats. Das sind also die Chat-Nachrichten, die der einstmals mächtigste Beamte im Innenministerium mit verschiedensten Spitzen der Republik ausgetauscht hat. Von Wolfgang Sobotka abwärts mit Christian Pilner-Check und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen Einblick in die Kommunikationsschule der ÖVP und wie man halt auch kommuniziert hat, wenn es um Postenbesetzungen und sonstige Einflussnahme gegangen ist. Das ist einmal das eine. Und das andere ist auch interessant und zwar gerade im Zusammenhang mit den vielen Chat-Affären und Inseratengeschichten, die im Zusammenhang mit der ÖVP da jetzt publik werden, erreichen uns natürlich auch immer mehr anonyme Schreiben. Leider Gottes anonym, dass man dem Absender auch nicht nachgehen kann und nicht nachfragen kann. Aber nichtsdestotrotz hatte ich auch da sehr, sehr viel Wahrheitsgehalt. Es gibt gerade wieder eine Diskussion, ob nicht auch ein weiterer Landeschef der ÖVP hier in einen Inseratenskandal verstrickt ist. Also alles das sind Dinge, die wir jetzt im Untersuchungsausschuss und Ausschluss der Öffentlichkeit einmal überprüfen wollen. Aber nur, es zeichnet sich schon ein Muster ab. Also dieses Muster Verradlberg, Wirtschaftsbund Verradlberg, das dürfte ja nicht nur für Verradlberg alleine limitiert gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Modelle in Niederösterreich gibt. Kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch rund ums Innenministerium ähnliche Geschichten gibt. Und am Ende sollte man vielleicht auch einmal genauer den Bauernbündler anschauen, die Bauernbundzeitung. Vielleicht hat auch die Frau Ministerin Köstinger ihre kurzfristige Entscheidung davon abhängig gemacht, dass sie vielleicht doch dort Inserate vergeben hat oder vielleicht auch an parteinahe Institutionen oder Agenturen, wo man vielleicht sogar ein Verradlberg 2.0 hat. Also das alles schließe ich nicht aus. Und das ist das viele an Arbeit, das wir im Untersuchungsausschuss noch vor uns haben. Welche Rolle spielt denn der jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer eigentlich bei diesen ganzen Chats? Er war ja eine Zeit lang auch selber Innenminister. Ja, also man muss sagen, dass er die Zeit von Herrn Gleudmüller ja mit Eintritt von Herbert Kickl in die Bundesregierung geändert hat. Das heißt, er hat sich selbst karenzieren lassen. Auch das ist übrigens ein sehr, sehr spannender Vorgang. Erstens hat er es geschafft, eine Karenzierung für zehn Jahre zu bekommen. Also karenziert heißt ja, dass er sozusagen ein Rückkehrrecht auf seinen alten Posten hat. Und er war ja immerhin Sektionschef da drinnen, rein formal gesehen. Und das andere Spannende ist, dass er stattdessen bei einer niederösterreichischen Wohnbaugenossenschaft angeheuert hat, die als erste Maßnahme umgesetzt hat, dass einmal die Höchstbezugslimits nach oben angehoben worden sind. Das heißt, damit er dort nicht verhungern muss und entsprechend gutes Einkommen hat, hat man auch diese Limits gleich einmal verschoben. Und Karl Nehammer ist erst nachher gekommen. Das heißt, mit dem Herrn Gleudmüller direkt hat er nichts mehr zu schaffen gehabt. Wenn Sie mich grundsätzlich fragen, welche Rolle Karl Nehammer spielt generell, dann glaube ich, dass er momentan nur mehr Passagier des innenpolitischen Wahnsinns ist und dass man eben eigentlich fast erlösen sollte von dieser Bürde des Bundeskanzlers. Und wie gesagt, Neuwahlen wären doch jetzt das Gebot der Stunde, denn sonst können wir diese ganzen Krisen, die es momentan zu lösen gibt, ganz, ganz sicher nicht lösen. Es wird nur schlimmer. Wer auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, ist der jetzige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der war ja damals Innenminister. Jetzt fordert ja eigentlich die gesamte Opposition einhellig seit Monaten seinen Rücktritt als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. Sehen Sie da irgendeine Chance auf Einlenken seitens des Nationalratspräsidenten oder glauben Sie, der zieht das Bein hart durch? Also wenn Sie die Worte Sobotka und Einlenken in einem Satz gemeinsam verwenden, dann ist das schon ein Widerspruch in sich. Wolfgang Sobotka ist niemand, der einlenkt und auch niemand, der einen Konsens sucht. Und deswegen wird er genau das Gegenteil von dem tun, was wir gerne von ihm hätten. Er wird uns natürlich weiter auf der Nase herumtrauen und wird weiter diesen Ausschuss politisch führen. Was wir aber machen müssen, und ich glaube, das sollte das Parlament jetzt als oberste Pflicht ansehen, wir müssen die Verfahrensordnung insofern ändern, als dass er auch mit einer Person Wolfgang Sobotka zurechtkommt. Das heißt, man müsste schauen, welchen Modus operandi es geben kann, dass man einen Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses auch wieder abberufen kann. Vielleicht kehrt man auch wiederum zum alten Modell zurück, dass man den Vorsitzenden aus dem Kreis der Abgeordneten gewählt hat. Und das Ganze vielleicht auch mit einer Abberufungsmöglichkeit. Also ich denke, so etwas braucht es. Ich möchte aber die Herrschaften in Schutz nehmen, die damals die Verfahrensordnung geschrieben haben. Die haben sich sicher in ihren künsten Träumen nicht vorstellen können, dass einmal eine Person wie Wolfgang Sobotka Parlamentspräsident und somit auch Untersuchungsausschussvorsitzende wird. Also die können da wirklich nichts dafür. Und werfen Sie Wolfgang Sobotka ja immer vor, dass er den Ausschuss sabotiert. Inwiefern sabotiert er Ihrer Meinung nach die Arbeit? Schauen Sie, in der Vorsitzführung hat man natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann Geschäftsordnungsmeldungen zulassen. Das macht zum Beispiel der Herr Sobotka sehr, sehr häufig. Vor allem dann, wenn die ÖVP sich zur Geschäftsordnung meldet. Da hat die Frau Buris einen ganz anderen Kurs. Die sagt nämlich, nach der zweiten Geschäftsordnungsmeldung gibt es eine Stehung dazu. Das führt dazu, dass die Gesamtbefragungszeit dadurch nicht weiterläuft und eben auch nicht verbraucht wird. Das heißt, wir können länger fragen. Man kann natürlich tendenziell Fragen abwürgen. Das tut er immer. Man kann natürlich den Rednern und den Fragestellern das Wort nehmen. Das macht er immer wieder. Also er hat schon eine ganze Werkzeugkiste an Dingen, die er zur Anwendung bringt, um das Leben im Untersuchungsausschuss schwerer zu machen. Und da hat er wahrscheinlich auch schon gewisse Expertise gesammelt. Und es ist ihm ja grundsätzlich relativ egal politisch, wenn eher weniger wichtige Persönlichkeiten vor dem Ausschuss geladen sind. Nur wenn es dann um richtige ÖVP-Körper zu untergehen, da spielt er aber all sein Können aus und vor allem auch den ganzen Werkzeugkasten, den er sich mittlerweile bereitgestellt hat. Das geht ja bis hin, dass uns einmal kürzlich auch das Selbstaktivieren von Mikrofonen da irgendwie abdrehen wollte. Also das sind schon Dinge, wo man sich echt die Frage stellt, wo sind wir da gelandet? Und eigentlich müsste Wolfgang Sobotka selbst wissen, dass das, was er macht, nicht in Ordnung ist. Aber er ist das, was er ist. Er ist ein Parteisoldat und er kennt offensichtlich auch seine politische Funktion in dem Ausschuss drinnen und die nützt er voll aus. Abschließend noch würde ich gerne zur Kobra-Affäre kommen. Um die ist es etwas rücker geworden in den letzten Wochen. Außer, dass bekannt geworden ist, dass es sehr konkrete Ermittlungen gegen eine Person, wohl den Kobra-Chef, gibt. Haben Sie da neue Informationen? Nein, es ist eine ganze Reihe von Anfragen ergabend, wo es bis jetzt noch keine Antworten gibt. Also ich hoffe, dass wir bald in dem Zusammenhang dann Neuigkeiten erfahren werden, was hier im Hintergrund gelaufen ist. Und am Ende macht mich trotzdem eines massiv stutzig. Der Herr Innenminister hat sich bis heute nicht wirklich zu dieser Affäre zu Wort gemeldet und da sowohl unseres Wissens nach drei bis vier verschiedene Polizeieinheiten in diese ganze Causa involviert gewesen sind. Und da denke ich mir natürlich auch wieder, warum kehrt die ÖVP solche Dinge einfach unter den Teppich und fetzt dem Herrn Nehammer irgendwie geschadet, wenn er gesagt hätte gleich, ja das war's oder ist das und das und das passiert. Es geht ja immer nur um den Geruch, der mit diesen ganzen Dingen mitkommt und dass man schon wieder den Eindruck haben muss, zuerst hat man versucht, das Ganze zu verduschen und erst dann, wie das nicht mehr gegangen ist oder wie klar war, dass die Geschichte heraus ist, hat man halt dann ziehtzahlweise damit begonnen, Dinge zuzugeben. Und das ist ja ein Synonym dafür, was die ÖVP tagtäglich macht. Also den Händeltipp kann man immer erst dann stellen, wenn er von der ÖVP ist, wenn man einen Inflagrant mit dem Händler in der Hand erwischt. Ansonsten gibt die ÖVP nichts zu und das wäre vielleicht einmal ein Zeichen dafür, dass sich die ÖVP ändert und vielleicht wirklich neu aufstellt, transparenter und ehrlicher wird, wenn man halt auch gewisse Dinge, die einem passieren und unterlaufen, einfach mal ganz ungeschminkt auch zugibt und macht und sagt. Und ganz zum Schluss noch, Sie haben ja mehrere parlamentarische Anfragen gestellt. Bis wann rechnen Sie mit den Antworten? Ja, die Anfragen müssten eigentlich in den nächsten Wochen beantwortet werden. Ich müsste jetzt genau schauen, wie es mit den Feiertagen ausschaut, weil das sind immer, die sind Fristen, Hämmer unter Anführungszeichen, da dauert es dann ein bisschen länger. Aber ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten ein bis zwei Wochen bekommen müssen. Herr Offeniger, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke, Herr Fiener.